Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review. Und zwar geht es um Ultimate Red von Benni, wie ihr seht. Shisha Warentest, lieben Gruß an euch. Also Shisha Warentest in Form von Big2B und den lieben Olli. Ich habe von Benni diesen wunderbaren Ultimate Red bekommen. Ich werde ihn heute direkt reviewen. Das heißt, ich rauche ihn ehrlich gesagt auch zum ersten Mal. Und kann daher wahrscheinlich nicht so viel zum Langzeiteffekt sagen. Was ich aber bisher von Ultimate geraucht habe, war eigentlich immer relativ solide. Wenn ich mich richtig erinnere, hat Benni gesagt, dass das eine alte Produktion ist. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was das bedeutet. Aber ich glaube, dass es bedeutet, dass die keine Fehlproduktion war. Ich glaube, Ultimate hatte mal eine Zeit lang Fehlproduktionen. Falls nein, schreibt es ruhig in die Kommentare. Schnitt habt ihr schon gesehen, Feuchtigkeit habt ihr, glaube ich, auch gesehen. Ich stelle euch mal scharf. So, das passt. Und bewege mich mal hinter die Kamera. Und sage auch mal von dieser Seite nochmal ganz herzlich Hallo und Willkommen zum Review. Ultimate Red. Was kann man sich unter Ultimate Red vorstellen? Bevor ich es vergesse, 150 Gramm. Ich habe es nämlich gerade nochmal nachgeschaut. 150 Gramm, 13,90 Euro. Gibt es, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, auch beim Benni im Shop. Müsst ihr mal gucken. Ja, was riecht man? Sehr intensiver, beeriger Geschmack. Leicht süßlich. Leicht süßlich. Ich überlege gerade, ob ich sagen könnte, dass es dunkle Beeren sind. Also rote Beeren. Ja. Also es riecht so... Es riecht so ein bisschen nach Himbeere, so ein bisschen nach Brombeere, so die Richtung. Hab das Ganze im Hotshot RT mit drei Bricos und dem Phoenix-Aufsatz. Wie sehen, konnte zweimal rauchen oder zweimal anziehen und schon qualmt die Kiste. Riecht auf jeden Fall lecker. Also der Shot riecht lecker, schmeckt nicht lecker. Vom Geschmack her... Vom Geschmack her berig. Fruchtig, intensiv, lecker. Aber ein bisschen undefinierbar. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ich schmecke eine klare Erdbeere raus, ich schmecke eine klare Himbeere raus und eine klare Brombeere. Das könnte die Richtung gehen. Von der Zusammensetzung her könnte es das sein. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, es ist absolut zu definieren. Berig, absolut. Süßlich, fruchtig, intensiv, mit einer leichten Tabaknote, wie ich finde. Die Aromen sind sehr hoch dosiert bei Ultimate und waren sie zumindest in der Vergangenheit, ich weiß nicht wie die aktuellen Produktionen aussehen, aber damals waren die extremst intensiv und fast schon überdosiert. Schmeckt lecker, aber haut mich jetzt nicht vom Hocker. Also ist durchaus ein leckerer Tabak, ich bin aber nicht so der Beeren-Fan, von daher mir persönlich schmeckt der jetzt nicht so gut. Aber er ist durchaus lecker für Leute, die gerne mal so einen Beeren-Mix oder sowas rauchen. Könnte das durchaus eine sehr gute Alternative sein. Im Vergleich zum AF-Beeren-Mix schmeckt er aber deutlich anders. Also das ist ein bisschen eine andere Welt, finde ich persönlich. Vom Schnitt her ist dieser, ich weiß nicht, wenn ihr schon mal Ultimate geraucht habt, dann wisst ihr wie der Schnitt ja ist in etwa. Dieser Ultimate-Schnitt ist immer ein bisschen strange. Also ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, die knallen da bei Aza einfach, also Blubberhaus, der Hersteller dieses Tabaks, die knallen da einfach ihren alten Elements einmal durch den Häcksler durch und dann knallen sie die Aromen drauf und dann geht es so in den Verkauf. Ich persönlich muss gestehen, ich bin da ein bisschen enttäuscht, finde auch den Schnitt jetzt nicht so geil. Es sind keine Äste drin, das ist schon mal positiv. Aber für mich hat der zum Großteil immer viel zu viel Aroma. Also ich finde das zu intensiv. Rauchen tut er gut, könnt ihr sehen. Also ich hoffe zumindest, ihr könnt es sehen. Dicke Wolke. Der raucht ganz, ganz passabel, ist untertrieben, er raucht ziemlich gut. Von daher könnt ihr den auf jeden Fall, wenn ihr so riesen Wolken rauspusten wollt, solltet ihr euch den mal holen. Sonst gibt es von mir von 15 möglichen Punkten 12, weil er das Thema trifft. Feuchtigkeit und Aroma ist mir zu hoch dosiert, sage ich ganz ehrlich. Aber sonst ist er durchaus lecker. Wenn ihr mal Lust auf so einen kleinen Beerenmix habt, ist das hier sicherlich eine gute Alternative. Mit einem Touch Minze könnte man sich das natürlich noch verfeinern. Meine persönliche Meinung, wisst ihr ja. Ja, und in dem Sinne sage ich auch schon vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Review. Bis bald und ciao.